So, heiho Leute, hier sind wir. Ja, wir haben den guten Harkon gefunden. Jetzt müssen wir noch einen Weg zu ihm finden. Ja, ein bisschen trainiert habe ich inzwischen und ich hoffe mal, wir werden stark genug sein, um Harkon fertig machen zu können. Laufen nur mit den Viechern rum. Flachländer, ich bin der Atem des Winters. Wir kreisen wir uns des Krieges. Sie geben mich in die Schlacht. Rumpfstärkt. Reist euch in der Schlacht. Wo bist du denn? Ah! Hey, Harkon! Komm doch mal her! Ja! Ja, und an seinem Traum! Oh Gott, der war! Lass dich abschlachten! Bis jetzt schauen hat er jetzt gekriegt. Rumpfstil nicht! Rumpfstil nicht! Virlstorm! Ja! Ach! Oh! Der ist los! app! Ach komm, Harkorn. Mach's uns nixig. Hier, hier, Lieber. Voll die Socke. Komm her, du feiger Hund. Okay, da wird wir schon mal nixig, ja? Okay, Regenerationskrankung. Oh, wow, 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 wow. Der wird mir gleich. Oh man, das ist ja schon. Boop. Ach komm. Hälfte die an! Wir werden die Erde mit Flachländerblut fängt. das ist doch einfach vergrübeln ich habe beträubt Oh, wir müssen die Kett auch noch aufpassen. Na super. Da komm, du bist unfair. Oh, ich bin die Kälte. Ich bin der Kind. Ja, schön für dich. Falls du es noch nicht gemerkt hast, dass jetzt haben wir den ganz gut mit drin. Ah, ich bin die Kälte. Das hat ihn nicht so lange genug ausgebläst. Ihr kennt Gott. Diese Schlacht ist meiner will nicht. Na recht. Komm doch runter und stell dich uns wie ein richtiger Mann. Ach, mich schon wieder. Ach, mich schon wieder. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Und ich bin mir da. Wir haben jetzt noch ein Sprengfeuer in Havate. Der kommt BIE! Komm, wir haben ihn fast erledigt. Wir haben ihn fast, und? Wir werden! Geschafft! Ja, haha! Harkon ist Geschichte! Herrlich! Ich durfte noch nie mit ansehen, wie ihr einen Drachen erschlagt. Corypheus hatte einen Drachen. Ihr wart dabei, als ich ihn getötet habe. Nein, ich war unten, als ihr ihn getötet habt. Es ist ziemlich schwierig, einen guten Blick zu erhaschen, wenn einem ein schwebender Berg im Weg ist. Ich muss sagen, es war aufregend, es mal aus der Nähe zu sehen. Ich weiß, eure Hilfe zu schätzen. Es war mir ein Vergnügen. Inquisitor Ameriden wäre stolz darauf, dass ihr zu Ende gebracht hat, was er begonnen hat. Das ist schon komisch. Die Geschichte hat so vieles von ihm vergessen. Niemand wusste, dass er mit seinem Tod alle gerettet hat. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Hm. Ihr wart doch überhaupt nicht in der Festung. Woher wisst ihr das von Ameriden? Ich bin eine Späherin. Schon vergessen? Wer denkt, ihr schreibt die ganzen Nachrichten, die Liliana liest? Im Moment würde mich halb B das auf den ersten Blick erkennen. Das stimmt. Aber die Leute sehen den Inquisitor, diese überlebensgroße Persönlichkeit. Jedes Mal, wenn ihr für jemanden mehr als nur eine Person seid, seid ihr für ihn gleichzeitig auch weniger als eine Person. Die Leute sehen nicht, dass es ein normaler sterblicher Mann war, der die Avar bekämpft und diesen Drachen getötet hat. Und sie wissen definitiv nichts von eurer merkwürdigen Fixiertheit auf Elfenwurzeln. Hm. Meine Gefühle für Elfenwurzeln sind streng geheim, Späherin Harding. Ich werde euer Geheimnis mit auf den Scheiterhaufen nehmen. Und nebenbei bemerkt. Gute Arbeit, Trevelyan. Naja, wie auch immer. Ich bin im Lager, falls ihr hier noch irgendetwas zu Ende bringen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der Himmelsfeste. Hahaha. Das war auch mal ein geiler Abgang von dem Vieh. Ende des Winters, super. Hat Harkon vielleicht noch euren Schädel da gelassen oder so? Ja, hat er. Yippie, jay, jay. Na dann. Das ist die Pär. Harkon 2 ist halt Meisterachter Elixir. Eisdrachenknochen. Oh, nett, nett, nett. Na her damit. So. Wir haben es tatsächlich geschafft. Harkon ist Geschichte. Das war jetzt aber auch ein Fight. So. Dann. Ab nach Hause. Wir haben es uns verdient. Tja, da kann ich bei der nächsten Aufnahmesession ja gleich mit dem letzten DLC-Anfang eindringlingen. Ja. Das wird dann wirklich das große Finale werden. Um. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, endlich. Vielen Dank. Ach, trautes Heimglück allein. Ich war Leute, wir haben es endlich geschafft. Ach, trautes Heimglück allein. Ach, trautes Heimglück allein.